Endlich Spargelzeit im Radio Bonn Rhein-Siedland und für ein richtig gutes Spargelgericht kippt man zunächst mal einen Wein in den Koch. 15 bis 20 Grad, 220 Minuten. Hallo? 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 Diese Volke... Ganz kurz, weil es für Speedbook aussieht. Sollen wir die mal... Walle! Da muss man auch mal ein bisschen... Diese Volke... Diese Volke... Stark! Ich fang... fängt ja einmal an. Einmal... So, jetzt haben wir Zeit, du altes Sauzieger. Schön! Schön! Diese Volke... Okay, ich habe mich gerade selber gehasst. Meine Güte! Das ist... Das ist Quatsch, ne? Okay... Diese Folge von Volkers Foodtorial... Warte, warte, warte... Ich habe es so gemacht und dann... Das erste Mal, dass er aufmerksam ist. Du siehst, wenn es um Alkohol geht, ist der Kerl wirklich zu gebrauchen. Der Klügere kippt nach. Ja, stimmt. Schmeiß dem Erwin mal eine Spargelstange an den Kopf. Ah, das ist immer der Hammergut. Doch! Okay, here we go! So! Vertraue? Wir sollten immer trinken. So! Ach, wir dürfen nicht mehr trinken. So!